da sind wir wieder und mein täglicher held ist night stalker den wollte ich jetzt mal kein lauf probieren ich weiß nicht da ok ich jetzt noch eine haltung dafür naja ice stalker ist das enemy vision to a fixed amount minus bei 25 prozent ok ja das ergibt sinn fix amount es gab ja andere die hatten night vision das war ein bisschen nico dann gehe ich mal davon aus dass wir jetzt ein rom nine stock haben karen 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 I sorgue my next meal. Wainful, okay. The mind. Ah, ffff. Shit. Hm. Unrevision in the night. Improving vision does not depend on using darkness. Dann kann keiner mehr vor dir abhauen. Hm. War das vielleicht... Armlet... Ach, ich bin nicht so... Ah, who cares. Oh, da war... Wer in Wainful? Ah, shit. Ach, komm, ist es das wert. Ist es das wert, so zu verfolgen. Ah, ffff. Negro, du Arsch. Ja, ich komm nicht drüber. Okay. Wainful, okay, 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 okay. Das Problem ist, ich muss davon ausgehen, dass mein Team nur aus Herolden besteht, da ich ja Herold bin und die anderen... ... ...wassend irgendwie höher sind. Ach, verdammt, warum im Ernst jetzt? Das nervt. Das war die Damage-Variable, hm. Hm. Ja, aber man merkt schon, das ist eine ganz andere Qualität. ...vom Spiel hier momentan. Dann bin ich eigentlich immer noch Level... ...1. Kann man sagen. ... ... ... ... ... ... Kann der mal irgendwas machen? ... ... ... ... ... ... ... Gut, dass ich meine Boots habe. ... Warum, du Idiot? So. Naah, Shit. Jetzt will ich denen helfen. Krieg ich dafür auf den Deckel. Fuck Ich würde mal behaupten, es läuft gerade nicht sonderlich gut Nicht zwingend Gut Oh Oh, bist du auch ein vollidioten Nekro Aha Es ist Nacht Und mir geht es eigentlich relativ scheiße Das hilft nicht unbedingt Das heißt aber, ich krieg erstmal jetzt Dang it, eigentlich dachte ich, ich würd Dang it Hm Sag mal Ist auch überhaupt kein Plan, oder? Ja Draw hat einen Kill, alles klar So Ein bisschen Nighttime haben wir noch Oh Na Shit Jetzt habe ich tatsächlich falsch geklickt Und da sind sie schon wieder Du bist auch ein Spezi Ja Jetzt guck mal, dass du mich hier heilst Ach, ist tot, okay Dann ergibt das Sinn, dass der Kurier da nicht mehr hin will Okay Hm Wankful steht da bestimmt und wartet auf ihre Chance, mich zu gestanden Ähm Die Chance werde ich hier aber Nicht geben Nicht geben Aber cant ein D택 Dester Hoppsa, Herbstlock aktiviert. So, Necro erstmal alleine. Ah, unsere Mitte ist gestorben. Bon, cool. Shit, wir haben wieder... Sonne haben wir wieder. Shit! Man, warum hab ich den Lasty denn jetzt nicht bekommen? In the forest of the night. Oh. Wir könnten theoretisch mal abwarten, ob der weiter pusht. Die Walker, Nightstopper. Komm her. Na? Sehr schön. Okay. So. Take the Runes. Ah. Ein Witz, oder? Ein Lashracker rennt da vorbei. Jetzt wieder Nighttime wäre, weißt du? Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Jetzt komm ich auch noch von der falschen Seite. Ah. Ich bin unter Attack. Oh mein Gott. Ah, komm her. Wir kamen natürlich jetzt zur falschen Zeit. Was ist denn? Da kann ich jetzt nicht mehr ran. Oh, was ist das denn? Was hat die denn für ein Glück, dass sie da die ganze Zeit Crit bekommt? Ich werde langsam nicht mehr, dass ich da Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Beide nur Level 6, da müssen wir... also müssen wir Juggernaut holen. Okay, Slotter ist raus. Was ein Gank, ey, unglaublich. Shit, der hat noch nicht gesehen. Ah, Nighttime, vielleicht nicht. Ja. Ah. Shit. Ich bin weg. Ein bisschen Glück bin ich ganz fein raus. Okay. Oh, 1, 1, 7. Was? Okay. Der Tower ist gefallen. Ich bin mit Mana. Die hat schon wieder einen Shit-Doppel-Damage-Rune. Ich glaub's nicht. Was? Ach so, sie wollen noch. Okay. Gut. Na, komm. Das ist sehr freundlich. Scheiße, Mann. Ey, du kriegst das doch nie hin. Ah. Neko, du kriegst das doch nie hin. Oh. Vielleicht mit ein bisschen Hilfe, hm? Komm, jetzt hör auf mich zu blockieren. Okay. Blatemann? Okay. Um. Hm. Blatemann? Um... Hm. traurig 4 gegen 2 das sollte reichen 7 gegen 2 das ist 4 gegen 1 bis 5 7 gegen 3 bis 5 und PA, oh leck ich laufe auch noch unten lang hm 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 19 oder 20 ist in nighttime, oder? Verdammt, ich habe tatsächlich meinen scheiße Beut benutzt gehabt, ach, 8 Sekunden Abklingzeiten natürlich, das war mal ein fehlgeschlagener Gank. Oh, shit, ich bin langsam. Ja, oh, richtige Nighttime, oh, sehr schön. Wankful. Oh, shit, man. Ho, 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 ho. Wow. Nice. Ah. Ich meine PA, oh. Draw hat gerade... Was ist leider? Mach dein fucking Edict an. So. Würde ich ja mal behaupten. Gehe ich auf Top. Guck mal, was die Draw da so macht. So. Mhm. Oh, doch, vielleicht nicht back, okay. Okay. Yup. Nope. Sehr ohne. WTF. Fuuuck. Das... Also das... Oh, wir haben... Und dann Fortun. Okay. Und dann. Das ist das. Ja. Und dann. Ja. Ja. Und dann. Ja. 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 Wenn die Anwesbaden fängt, um die Anwesbaden zu Oh. Können wir? Ah. Können wir? Ah. 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 Shit. What the hell? Kein Draw kommt nicht mit. Keine Hilfe. Okay. PA ist hier im Moment das größte Problem. Die müssten wir eigentlich mal... Die müsste ich eigentlich mal ein bisschen weiter machen. Aber... Glauben wir es auch nicht schlecht. Ach. 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 Keine Hilfe. Die macht euch nicht nicht hoch. Okay. Was ist zack? Was ist richtig? Du hast nicht gross. Sie versen. Sie versen. Sie versen. Keine Hilfe. Die schreckliche Eingang. das ist ein Schwenk irgendwie brauch ich dich neben dem Schraub brauche ich irgendwie mal zuerst das ist das Problem hoppla fuck jetzt habe ich den falschen Invoker ich meine wir haben den den ersten Space Tower das ist immerhin schon etwas ich brauche Lebensraub ich verliere so viel Leben ich weiß sowieso nicht wie dich das rechtfertigt oh Jugga okay fuck okay Okay... Shit, 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 shit! Ha ha! There goes the enemy's bottom tower. How she goes? Tonight, my son. And now you should go back. Draw? Oh man, im Ernst? Normale Nighttime, man. Hoppla! Hoppla! For fuck's sake! Hoppla! Hoppla! Und dann bekommt man einen Skullbash-er. The A is missing. Es wird ein Bait sein. Oder auch nicht. Oh, jemand inwes, ne? Dieser kleine Mistfiel. Der hat. Draw, ja. Oh I swear dude, I swear Okay, Slada ist da, Lain ist da. Lain ist da. Lain ist da. Ein Abflug. Ich wusste doch, dass er zu mir kommt. Ist die schon wieder in der Be- Illusion ist da. Ich denke mal, da kommt er selbst drauf. Lain ist da. Lain ist da. Das kriege ich nicht. Ich kriege ja gar nichts. Hier, er hat eine BKB. Na ja. Meine scheiß Nacht hält auch nicht für ewig. Ah, verdammt Tux. Was? Na. Alter. Alter. Ich bin ja nicht in Wucht. Ich bin ja nicht in Wucht. Ich bin ja nicht in Wucht. Oh, jetzt warte. Wunderhund. Ich bin ja nicht in Wucht. Wur screw ich. Er ist neutral. schlecht. We should go back. Da war auch wieder... So, jetzt hab ich das 1 erwischt. Oh! Ah, Mann. Yup. Hm. Das ist nicht schlecht. Oh, nein. Na gut, der ist tot. Warum Invoker Buyback? Ah, Mann. P.A. ist immer so schön, wenn die ihren Dagger wirft. Kann die am Anfang so viel Crits raushauen, wie die will. Wenn ich meine Blade Man im richtigen Moment aktiviere. So. Ah. Ah, shit. Komm schon. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ist aber auch so einfach da stehen bleibt. Hätte ich nicht unbedingt erwartet. Naja. Gibt mal eine Haste. Da hätte ich auch ein Shadowblade. Oh, shit. Gott leid. Oh, Gott. Hm. Hm. Den Walker gekillt, hm. Hoppla. So. Für den Fall der Fälle. Ja. Das ist Juggernaut. Das ist Juggernaut. Das ist Juggernaut. Woa. Okay. Pff. Shit. Ja, ich weiß. Komm schon. Komm schon. Listen. So. Na. Wenn du sie alle bekommen kannst, kannst du sie. Na. Ich werde meine nächste Pizza stron. Wenn du sie alle bekommen kannst, kannst du sie ein. So, jetzt kann ich mich damit endlich auch fortbewegen. Diese kleinen Mistviecher, ey. Überall sind diese Mücken. So. Silver Edge. Oh, und sie hat genug für den Satanic. Das ist natürlich nice. Ich erinnere mich auf den ersten Tag. Ah. Waffen wir doch mal. Ach, wirklich. Hm, hm, hm. Ich bleib schön mal hier in der Nähe. Haha. Ah. Wow. Ah. Okay. Ah, ha, ha. Ich hätte vielleicht nicht kaufen sollen für ein Buyback. Na. Also mein Handy ist manchmal recht wählerisch, was den Finger angeht. Ich glaube manche Menschen Ja, in Wauke halt noch mal. Nice. Nice. Der kann auch nicht lange halten. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt Dürfte Laien da auch eventuell drauf gehen. So, wenn ich schon das hab, dann sollte der auch da hin. Ja, schön. Ah. Oh, komm schon. Diese Mücken. Das ist nervig. Okay. Gut. Gut. Tägliche Quest completed. Und ein Match gewonnen. Continue. Und, ah, ein bisschen habe ich nicht gewonnen. Ah, 6,9,20. Ja, ich habe ein paar Gangs mit ihr geschmissen. Das war... Oh, okay. Okay. Das war's für heute. Ja, da hat's eigentlich recht. Ja, da hat's eigentlich recht. Ja, sie ist. Was auch immer. Vor allem, die haben hier noch geführt. Dann ist Raw eben massive geworden. Hier. Ja, da hat's ja wohl 1-2 Kills bekommen. Ja. Ja, hier. Da hat's ja einen guten Kill bekommen. Und dann ging's aufwärts. Bei mir ging's ja jetzt auch nicht gerade ab. Ich war halt nur ein bisschen langsamer, ne? Für Gangs hat's noch gereicht. Nichts zu beschweren. Nichts zu beschweren. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.